Wehe, der Typ hat jetzt kein Moocore und Assistant Hm? Guuuut! Der hat ihn! Verdammte Scheiße! Aber der, aber hat das falsche Summoner gegen uns Dezenter ist falscher Hm Ignite nimmst du nicht mit, wenn der Gegner einen Hyper-Carry hat Das ist ein bisschen Dämlich Vor allem ist Caitlyn und Alistar jetzt nicht so eine geile Kombo Das Ding im Teil ist, Alistar kann ja eigentlich reinspringen Ja, ich spring dann einfach auf Caitlyn und seinen Engage-Springer Komplett gefickt Dann Tristana, der hat ja nix mehr wirklich, warum was sie machen Und seine Mana ist dann zur Hälfte Gefühlt Von Alistar, weil eine Kombo ist eigentlich Bringt die Mana-Leiste von Full Auf HALF Das ist dämlich, bei den Alistar Der hat ja echt nix mehr E-B Wir müssen halt nur gucken, bis der Alistar zuerst engaged Und dann haben wir die Fights gewandert Und dann haben wir die Fights gewandert Ja, ich kenn mich mit Leona, die so halt auch aus Zum Leona ist Ja, das Problem ist halt, wenn du drin bist Und ich dich folge Das ist halt echt schwierig Wir müssen gucken, dass der Alistar zuerst engaged Das ist der Nummer 1 Spieler von allen Alistars Das ist der Nummer 1 Spieler von allen Alistars Aufs geliefert Kommt vor Kevin, hast du eigentlich schon mit Alex was besprochen wegen Wochenende? Nö Okay Finde ich gut, dann gibt's hier ne Überraschung Mhm Und ungefähr so wird das jetzt bei uns allein auslaufen Hörst du, wir können das machen, weil Tristan einen geilen Jump hat Auch noch Ja, aber der braucht viel zu lange zum Auslösen Ich mein, dass der wird nur noch Tänkt den Scheiß nicht Jetzt vergesst du den Es geht los In unserer Welt Wann werden wir verstehen Es geht um uns Und das ist was zählt Was für ne Musik Monster Ranger Opening Ah stimmt Davon hab ich doch das erste Spiel damals noch gespielt Das blöde ist halt dadurch, dass ich die Musik ja auch im Stream laut laufen lasse Muss ich halt Fancovers nehmen Achja, das was du dann ja Du schon aufgenommen hast Ne So ein Cover Ja Definitiv Hat du so ein Soundstudio oder so Das will ich mir jetzt nicht vorstellen Hm Hm Ich meine, es gibt den Mythos, dass du im Wagenzimmer ein bisschen besser klingst Keine Ahnung Noch nie ausprobiert Ich auch noch nie Zum Glück Wir sind dann frei für der Welt Wir sind dann frei für der Welt Hier Ach fuck, ich soll jetzt den Kellenchen sagen Wie geil Alles klar Ich kann es vergessen, dass du in den Geld bist Ich kann es vergessen, dass du in den Geld bist Ich kann es vergessen, dass du in den Geld bist Ich kann es vergessen, dass du in den Geld bist Versuch nicht in alles das näher zu gehen Jo Sagst du so gut Guck du lieber, dass du wegkommst Ja, ich kann doch noch weg Das ist ja kein Problem Ich hab ja gerade ärgerlich, dass du da noch verritzt Also wir haben doch heute gar nichts zu lachen Ich hab gerade auch healen müssen Ja, Alice hat geflasht, gell Ja, Alice hat geflasht und Caitlyn hat geflasht Caitlyn hat auch geflasht Caitlyn hat auch geflasht Ja, Caitlyn hat auch geflasht Die hat in dem Gewicht geflasht Um dich nachzubekommen Hat die aber nicht geschafft Ach doch Weil ich der hinterher gar nicht bin mit der Q Zieht Und alles da Und alles Dead Knight Ich meine ich war auch auf dich Ja, das war auch Hey War auch draußen bestimmt So Wir engagen nur Wenn er alles da versucht auf eine von uns zu engagen Ja Wenn er auf mich engagen ist, hast du freie Bahn auf dem ADC Ja Ja, nur dass die nachschlagen macht Wird ich Ja 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 Ich sehe schon was da alles da versucht Der versucht einen Weg zu finden Um dich zu engagen Ja Heiß Ja Ich sehe schon was da alles da versucht Verseucht einen Weg zu finden Um dich zu engagen Heiß Nur der hat eigentlich Schiss Anscheinend Na der hat halt keinen Flash, um wieder rauszukommen Das Problem Plus der weiß nicht ob der Guck her ist der Kacke von mir Gibt's nicht Oh Gott, ey Nee, das krieg ich nicht Kannst du gestern Da werde ich jetzt nicht mehr mal reinrennen Oh, wir waren in dem Fall Wahrheit, ich sag mal Wahrheit Es ist nicht bitter, dass wir hier in dem Dings keine Sicht hatten Der Outer-Tag ist auf jeden Fall leer gelaufen Ja, kriegt man schon hin Oh, die hat 15 Lards jetzt Die hat nicht nur das, sondern ihr Early Damage-Side Naja, ist auch viel höher Viel höher, das ist Kettlern leider Hmmmm Shadow on the deck Geh mal weg Und brauchen halt so viel Hilfen wie möglich Aber Kevin hat da oben jetzt auch nicht das Pestimate-Job im Ganzen-Side Ja Ja, das ist okay Ich stärker leider nicht Das ist halt Mini-Trapping-In-Lowing-VR mal die Cance-Lane Ich kann auch schon wieder weggehen Ja 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 Oh Mann Was ist das? Nee Was ist das? Das war aber nice Ich würde fast ein Killer geben Nee, ich hätte warten müssen, bis ich seine Kurve nicht gemacht hätte dann unter dem Terrorflash Das ist mal schade Ich hätte sich da engagieren lassen können Ich kann Ja, ich kann das nicht Ich kann das nicht Okay, das ist da. Ah, der L ist vorbei. Der ist im Gewicht. Nee. Ist einfach mein. Ist der, der in mir lang? Der ist wahrscheinlich da im Gewicht. Nein, nein. Ich würde es gar nicht wissen. Der ist oben. Der ist auf Position. Wir kennen die. Wenn er mal meint, der ist wieder in Position. Ja? Wieso kann ein Fist nichts in der Mütze gegen den Akkagi machen? Wir können auf Gott ja auch nichts machen. Das ist aber auch verständlich. Wir haben ihn alles doch gelernt. Ja, er spielt defensiv ein bisschen, geht nicht mehr. Und auch aggressiv. Boah, du musst diese fallen wegzulieren. Ja, wenn ich das mache, werde ich jetzt... Fuck damage. Fuck it, let's go. Okay. Mein Weg blockt überhaupt nichts. Damage. Engage nicht. Dann, brauchen wir diagonal j impaired jetzt nicht mehr. Wie wird das? Wie wird das eingreifen? Statt кас bloom. Wie wird es geschafft? Wie wird das nicht nach oben gewartet. Wie wird erzicht? Wie wird wir erst in A4 Korpsk Tony? Dann, um 4 aufääid. Mist, es kommt ja genau hier jetzt die, äh, ahhh, mann. Auch was zu flogen. Juhu. Oh, ich hab's falsch hingekommen. Fuck. Egal, wir haben ja noch trotzdem bekommen. Easy. Die Top Tower ist down. Guck mal, ob du den vielleicht noch kriegst, wenn alle das gar keine. Naja. Nee, ich mach sofort. Ah, ich krieg's noch eine, ne. Ich hab gleich mal noch ne Ehe. Mal gucken, ob du den an diesen Stun schaffst. Ja, ne. Ja, der rennt aber weg. Ja, der rennt aber weg. Ja, der kann er weg. Geh mal weg. Ja. Ich halt jetzt bei mir mal die Minions zur Tower. Der kommt, der kommt, der kommt. Heißt, diese Eloi kann jederzeit woanders hingehen. Fuck. Das ist ein Kacke. Ja, lass einfach weggehen. Ja. Das ist ein Kacke. Ja, das ist ein Kacke. Ja, das ist ein Kacke. Ja, der hat doch gerade mal 2-1. Ja, das hat er nicht geschrieben. Feet E. Ja, Feet E. Ja, aber der hat gerade mal 1-1. Ich weiß nicht. Ja, ich krieg damals auch noch 2-2. Um so zu machen. Ja. Wie? Ja, ich kann etwas sagen. Okay. Wie? Wie? Absolut nicht. Auf. Na, ich hätte ja so viel damit, ich weiß nicht, ich hab jetzt. Naja. Ich hab hier auf die Wege gesetzt. Ja, ich hab grad einen Krack gehabt, der wäre tot gewesen. Und wieder alle Schmäh, die wir haben. Wir hatten beide alles. Oh, hinter mir ist der Yves, stopp, stopp, stopp. Oh gosh, ich hab mir schon wiederkommen. Nevermind. Use Flash. Okay. Okay. Der Taubel hat einen Geheimdium in den Geheimdium in der Geheimdium. Und Geheimdium in den Geheimdium. Und Geheimdium in den Geheimdium in den Geheimdium. Ich weiß, wie oft ist der Kindle-Tig zurück? Und hat er jetzt die ganze Zeit die Typen lassen? Und eine Art Hali über was? So, warum schreibt der Christos? Naja. Naja. Wird schon schwierig, das Ding noch zu trägen. Nein. Naja. Ja. Ja, aber... Ja, ja, ja. Alles geht gut. Guck mal, dass wir noch in die Mitte kommen, aber... Ich glaube, bis ich auf die Top bin, ist der Order anfang. Ich hasse Dory, das wird nervig. Ja, die ist hau halt nie die Champion-Warte. Alles, was mir hier ist, der Film-Team. Ja, du musst diese Dinger kaputt machen. Diese Trageln, dann macht die gar nichts mehr. Ja, aber wenn ich hingehe und eins kaputt mache, kommt die halt hin und macht Schaden auf mir. Zahlt nicht zu wenig. Ach so. Ich habe ihn gegeben. Ja! oh nein oh nein oh man, wer ist denn da zurückgelaufen oh nein ich bin eigentlich nicht ich bin eigentlich nicht ich muss warden können nein ok ja, gut das weiß ich deswegen auch mal dass man den Harrier Beschwörungen abbrechen kann wenn man mich wegkickt ja, gut 1,4 hat sich schon oh mein Gott 93 farm nach 17 Minuten ja, wieder richtig top deal gut gut dass der oder post selbst ja, man das ist Mono oder 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 nicht ich bitte das ist ja dann du bist du das ist einfach nicht nicht ja nicht aber Wenn wir kommen zu dir, wie wollen wir? Bitte sein Bayteam! Bayte! Bayteam! Do it! Geht mal mit dir, geht mal mit dir! Halt doch mein Leben, Mann! Wollt du auf Vodash gehen? Oh unterwegs, aber es dauert noch! Ich hab' beide gestanden! Achtung, Achtung, der kommt in der OE! Jo, wenn der einfach wegkommt! Warte mal, Marvin, bleib du mal hier bitte! Ich komm' jetzt gleich! Geil! Alter, mach's mir schaden! Wo die Kuh reinläuft! Ich warte mal ganz kurz auf Zingwald! Wo die Damage, wenn der reinläuft! Der ist ja brutal! Das ist halt beim Wechseln, dass die Tower wegkommt! Halt 1,5 Aber mein Top-Tower ist aber auch gleich weg Ja Na gut, Mitte können wir glaub schon halten Man hat jetzt noch einen Drake Ich brauch halt Klingeln und Klingeln, das kriegst du nicht Klingeln Äh Klingeln Oh Oh Okay, ich bin tot Eieiei Was sagst du im Clash? Ja, völlig Komm mal rüber, ich habe Towers Ich bin grad eh Back und Base Okay Die Kindred kämpft dummerweise grad gegen die Warum auch immer Ja Der Alice, der kommt zu euch hoch Was ist der hier nach unten Ja Hier, dann erfahre ich Da So 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 Wie viel hat den da? Da haben wir noch ein Aufdeck-Item kaufen für die... für Kali Ah, die hat halt schon Klinge... äh, ja, gegen den Enten gekleidet Steht halt dann gar nix Ah, jetzt stirbt der Fuss So Ja, könnte nix machen Ich würde sagen gegen Yaloui vielleicht Ich wusste eigentlich doch nicht hier Was man hier ist Mal gucken, ob wir was gegen Yaloui machen können Oh Die kommen runter zu euch Oh 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 Drei Hitschen, bin tot. Vom je. Mh, da war ein bisschen Fussfrau. Okay, mein Pink spiked gerade hart. Welche Items können denn eigentlich alles Akadi aufdecken? Ich kaufe einfach das rote. Das rote Dings. Schonkirch, das kann aufdecken Akadi. Ja, das wollte ich kaufen. Ja, steht zumindest spannend. Ja, kann das. Kann das. Ich kann auch Temo aufdecken, wenn du das sparsst. Also, da fängt mir an, wir müssen irgendwann mal fein zu Temo spielen. Mega fun der Game aus. Habe ich schon mal gehört. Dafür brauchen wir eben halt mehr auf der Werden. Meiner ist halt Temo, versteckt sich irgendwo in den Jungles. Hörst du? Du hast jetzt Barronklicks. Frag ich sie. Fürzt, was ist voll schützig zu machen. Geh mal schon mal weg. Dann mach ich Schuhe und die Hammer verdienen. Boah, das müssen ja alle in diesem kleinen Gangchen entlang gelaufen sein. Hm? Wegen? Na ja, weil da eine Sicht ist. Außer halt in diesem kleinen Gangchen. Ja. Soll ich shop eigentlich locket? Äh, ich möchte mir aber nicht Reaping-Land-Zone, sondern Orakel. Das ist dann eben halb um mich rum an den Start, dass du was platzieren musst. Ein bisschen besser. Boah, wir brauchen mit der Hüfte. Musik. Oh, okay. Okay, do I slide down in the space? Ja, ich pod back. Ich kann ja nicht spielen mit denen, wenn die... Oh, okay. Oh, okay. Okay. Nein! Jupp. Ach, diese scheiß Trap, ey. Nimm es vor mir! Hm. Er lauft halt durch die Dingsdunk. Jupp! Ist klar. Die Trap hab ich noch nicht gesehen wie im Tod. Nice. Na ja, GG. Das war's. Aber ohne Scheiß, Feind der Zimmer müssen wir irgendwann echt spielen. Das macht echt Bock. Ja. Und jetzt mal. Die Effiziensteine sind immer umgegangen. Jetzt lassen sich schon mal nach ganz in den Tiere geben. Gocar ein. Oh, ich bin mit dem Hüfte. Weil wir das in den Hüften in den Hüften noch nicht zuvor. Hüi. eben. Wir werden die Trap sind. Dann wollen wir das mal da. mit dem Tower ist rüber macht unseren Blubuff, da können wir zumindest mal anfangen ok ok ich kann den Blubuff wuuu das ist doch je shit ja man, den kriegt er, den kriegt er ja man, wuff 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 rein 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 verlegt aber wuff 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 wuff